Natürlich stehen wir alle hier an der Börse auch, wie viele andere, eben unter dem Eindruck dieser schrecklichen Terroranschläge, dieser Anschlagsserie von Paris am vergangenen Freitagabend. Und es ist selbstverständlich, dass uns dieses Thema auch am Dienstag weiter beschäftigen wird. Und je nachdem, wie sich die Nachrichtenlage dazu entwickelt, dürfte das natürlich auch den Börsenhandel, den Handel an den Wertpapiermärkten weltweit beeinflussen. Darüber hinaus schauen wir aber natürlich jetzt mal nach, welche Daten sonst noch so im Kalender stehen. Am Dienstag, nämlich dem 17. November 2015. Und da haben wir regulär um 8 Uhr am Morgen die Entwicklung der erwerbstätigen Zahl in Deutschland auf der Agenda. Um 11 Uhr kommt dann ein sehr wichtiger Datensatz, der von den Marktteilnehmern immer mit besonderer Beachtung gewürdigt wird, nämlich der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen für den Monat November. Und zeitgleich um 11 Uhr kommt derselbe Index auch nochmal für die Eurozone heraus. Dann haben wir um 14.30 Uhr die Entwicklung der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika, also die aktuelle Inflationsrate, wenn man so will. Und um 14.30 Uhr gibt es dann davon abgeleitet auch noch die Entwicklung der Realeinkommen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Um 15.15 Uhr kommen die aktuellen Daten zur Industrieproduktion in den USA und darüber hinaus zur selben Zeit noch die Zahlen zur aktuellen Kapazitätsauslastung im Monat Oktober. Darüber hinaus werden wieder einige Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vorlegen. Zu den prominentesten Vertretern hierbei werden am Dienstag unter anderem EasyJet, Home Depot, United Internet und Walmart Stores gehören.